Hallo zusammen, hier ist wieder heute, naja, und schau euch wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Kisten-Opening-Video präsentieren. Wir wollen wieder ein paar Party-Sink-Kisten, wie ich es so schön nennen, aufmachen. Die schimpfen sich einmal geborgene Truhe mit Vorräten. Und ja, da brauche ich noch das ein oder andere Item raus. Ich habe jetzt hier insgesamt 19 und auf dem anderen Chart nochmal eine. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt hier auch noch mit dem hier die letzte farmen können, aber ich denke mir, ich queste immer ein Gebiet komplett durch wegen dann verschiedenen Queststrengen und dann hätte ich wieder wahrscheinlich 31 oder so. Dementsprechend machen wir jetzt 19 mit dem auf und ich habe am Priester auch noch ein paar rumliegen, dann werden wir da quasi die eine ergänzen. Was brauche ich da draus? Schön ist noch, ihr seht hier beim Monk brauche ich noch eine Hose. Was ist das hier? Das ist ein Kopf, Füße, eine Taille und eine Waffe. Und zwar ist das jetzt die Waffe, die man nur als Tank-Monk bekommt. Ich habe jetzt vor einer Weile auf Tank hier umgestellt. Heißt, die Waffe müsste ich eigentlich relativ schnell rauskriegen, denn die Waffen scheinen hier überproportional gut zu droppen. Ich würde sagen, wir starten einfach durch. 19 Kisten haben wir jetzt auf dem. Ah, nice, da haben wir schon den Kopf. Geht schon gut los. Okay, die Brust, die brauchen wir nicht. Nochmal die Brust, die brauchen wir auch nicht. Ah, da ist die Waffe. Sehr schön. Ich dachte gerade, das ist frucht. Nochmal die Brust, ne? Ich war schon ein bisschen zu übermütig. Okay, nochmal die Waffe. Ein Hals, der bringt leider kein T-Mock. Ein Ring, das ist auch nicht so gut. Eine Hose, sehr schön. Okay, jetzt brauchen wir noch hier die Schuhe und die Taille. Umhang, der bringt mir leider auch nichts. Drink it. Schuhe, oh, 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 Leute. Das könnte, das könnte was werden. Wie viel habe ich noch? Äh, 5, 6, 7, 8. Komm. Gürtel. Waffe. Gürtel. Nochmal die Brust. Ah, nice, da ist er. Sehr schön. Dann ist der Monk schon mal raus. Das war nämlich das Ziel. Weil wenn ich jetzt wegen der einen Kiste nochmal ein komplettes Gebiet durchgequestet hätte, hätte ich einen Haufen Kisten, die alle für einen Sack gewesen wären quasi. Sehr schön gelaufen. Das ist mal wieder eine Klasse hier raus, ne? Dann kann ich jetzt, ähm, dementsprechend mit einer anderen Klasse weiter questen. Also ich bin ja gerade dabei, alle möglichen Gebiete durchzuquesten, ne? Um das Team-Mock zu kriegen. Und ich mache das halt im Party-Sync-Modus. Dass ich halt diese Kisten noch zusätzlich kriege. Und jetzt machen wir einfach eine mit dem Priester noch auf. Ihr seht, ich habe da schon auch einige rumliegen. Machen wir einfach die Kiste auf. Ah, da haben wir leider nichts rausgekriegt. Gut, aber dann haben wir zumindest die 20 Kisten zusammen. Und ja. Dann, ähm, ist einmal der Monk raus. Jetzt brauche ich noch den Worry. Okay, Hexer, Schamanen, Schurke, Priester, Parler, Magier, Jäger, Todesritter und DH brauchen wir auch noch. Ähm, beim Parler und beim Priester brauche ich auch nur noch zwei Items. Also das sind so die nächsten, wo ich dementsprechend die Kisten noch öffnen werde. Und ja, Druid ist hier einmal schon rausgefallen. Warte mal, sind das jetzt noch elf Klassen? Ne, zehn Klassen müsste es sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Genau. Also ich habe jetzt Monk fertig und ich habe Druid fertig. Ja gut, muss man mal gucken. Ich hoffe, Parler und Priester sind jetzt dann auch bald weg. Dann werden sie langsam weniger. Weil sobald ich diese ganzen Kisten habe, kann ich endlich Normal questen und nicht mehr im Party sink. Weil im Party sink tue ich halt meine Level 60er Charts auf Stufe 50 runterskalieren. Die Mobs sind auf Stufe 50 und dann muss ich normal gegen die kämpfen. Es ist ein bisschen angenehmer, durch die Gebiete durchzukommen, wenn man alles Wornshottet, als quasi normal gegen die Gegner zu kämpfen. Gut, das soll es einmal mit dem kleinen Video gewesen sein. Mich hat es gefällt, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.